A Bottle With, der Podcast zum Thema Wein, Menschen und deren Geschichten. Mit Björn Bittner, aka BJR Le Bouquet. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast A Bottle With. Heute die erste Folge mit Gast und ich bin super happy, denn ich habe direkt mal einen Knaller ausgepackt heute. Schon abonniert? A Bottle With. Jetzt auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren und in Zukunft keine Episode mehr verpassen. Ja, die erste Folge wollte ich natürlich eigentlich mit jemandem aus der Weinzähne machen. Bietet sich an, ob Winzer, ob Sommelier, ob Gastronom oder Händler. Aber manchmal muss man die Feste feiern, wie sie feiern. Das haben wir alle gelernt und auch schon praktiziert. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute die Frau Strack-Zimmermann hier im Haus zu haben. Wir sitzen im Andreas-Quartier draußen, in Düsseldorf strahlt die Sonne. Und wir sitzen hier und werden uns jetzt gleich eine Flasche Wein reindrehen. Ja, erstmal herzlich willkommen, Frau Strack-Zimmermann. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind in dieser aktuell heißen Phase. Also erstmal vielen, vielen Dank. Ich finde das super normal, dass hier Weinkenner reinkommen und Winzer. Jetzt haben Sie jemanden vor sich, der eigentlich wenig Ahnung hat von Wein, aber ihn gerne trinkt. Das ist erstmal ganz wichtig. Darum geht es. Im Endeffekt geht es darum, schmeckt der Wein, schmeckt der Wein nicht. Und dann kann man nochmal ins Detail gehen, wenn man möchte. Ich habe gehört, Sie waren gerade im Urlaub und haben da auch was mitgebracht. Wie war es? Haben Sie überhaupt die Möglichkeit aktuell abzuschalten oder vielleicht noch vorneweg? Ich glaube, jeder Düsseldorfer, der so ein bisschen ans Netz angebunden ist, weiß, wer Sie sind. Der kennt Ihr Gesicht, der kennt den Namen. Auch vielleicht Leute, die darüber hinaus sich in Deutschland national mit Politik beschäftigen. Kommen, glaube ich, in den letzten, mittlerweile sind es, glaube ich, schon 21 Jahre Kommunalpolitik. Nicht um Sie herum. Vielleicht ein ganz kleines Intro von Ihnen, wer Sie sind, was Sie machen und wo Sie hinwollen. Ja, also das klang gerade wie eine Drohung. Also für alle, die jetzt zuschauen, das ist alles ganz gut. Ja, ich mache 21 Jahre Kommunalpolitik, bin seit drei Jahren im Deutschen Bundestag. Da im Letzteren bin ich für Verteidigungspolitik zuständig, in Düsseldorf mehr für Angriff. Wir haben jetzt Kommunalwahlen und nachdem ich so lange Kommunalpolitik gemacht habe und wir hier den neuen Oberbürgermeister, die neue Oberbürgermeisterin ansteht zur Wahl, hat meine Partei, muss ich immer wieder sagen, meine Parteifreunde mich gefragt, ob ich antreten wolle. Und dann habe ich gesagt, ja, es wird mal Zeit, dass eine Frau das macht. Aber Spaß beiseite, ich habe halt viel Erfahrung, ich kenne die Stadt, ich bin hier geboren, aufgewachsen. Meine Kinder sind hier geboren, aufgewachsen, ich habe sogar schon Enkel. Ich weiß, das kann man sich kaum vorstellen, ist aber so. Und insofern, ja, ist das jetzt der Endspurt? Manche sagen, es fängt jetzt erst an, aber wir sind schon seit Monaten dran mit einem super Team. Und ja, insofern, da habe ich jetzt mal zehn Tage Auszeit genommen, aber unter uns. Es war überschaubar, weil mit Handy und immer erreichbar. Aber wenn das Handy aus war, dann habe ich mit meinem Mann Wein getrunken. Ah, sehen Sie. Und wir haben ja auch im Vorfeld über den Markus Jaskolski, ihren Teamchef, wie ich immer sage, ihren Stabschef, haben wir auch kommuniziert. Und entsprechend war es ja, kann ich mir vorstellen, dass sowohl die E-Mails reinknallen, die WhatsApps, die Anrufe. Und deswegen schön, dass Sie es trotzdem nochmal schaffen, zwischendurch auch auszumachen und dann noch ein bisschen runterzukommen und auch mal einen Wein zu genießen. Jetzt sehe ich ja gerade, Sie haben was Feines mitgebracht. Wie kommen Sie darauf? Was ist das? Ja, der Auftrag war ja klar, ich soll einen anständigen Wein mitbringen. Da habe ich ja schon Schweiß auf der Stirn gehabt. Wobei, das ist ein Wein aus der Schweiz, aus Graubünden, von der Bündner Herrschaft, also die ganze Region um Landquart herum, in der Nähe von Kur. Und das ist ein Wein vom Weingut Lipp. Das ist ein Familienunternehmen, ein Ehepaar. Frau Lipp ist sozusagen diejenige, die das von ihrem Vater übernommen hat. Familie mit drei Kindern. Der Ehemann ist ein ganz großer Schnapsbrenner. Der hat das, der macht aus, Moment, was machen die? Die machen einen Megaschnaps auf alle Fälle aus, na wie heißen die gelben Dinger? Gut, also wie dem auch sagen, mir fällt es gleich wieder ein. Und ja, wir haben das immer angeboten bekommen in einem Restaurant, wo man mir eben auch sagte, da gibt es noch andere Klassifizierungen. Aber das ist ein ganz hervorragender Landwein. Und ja, wir haben den konsumiert. Das ist ja bei Corona, ist das ja so. Entweder man wird Alkoholiker oder muss zum Weight Watchern. Denn ich räume ein, ich trinke gar nicht viel Wein. Oder beides. Ich trinke gar nicht viel Wein. Aber in den letzten Monaten, wenn man dann abends, gerade so in der harten Phase März, April, Mai, haben wir dann so eine oder andere Flasche getrunken. Aber den habe ich jetzt mitgebracht, weil es einfach ein exzellenter Wein ist. Ein kleines Weingut, was richtig gute Sachen macht. Und das ist ein 2018er, den gibt es schon gar nicht mehr. Und das ist ja immer so, wenn es was nicht mehr gibt, ist es ja immer besonders spannend. Und deswegen werden wir den jetzt gleich mal hier. Ich habe auch mal eben gegoogelt im Vorfeld. Ich habe ja so eine Ahnung gehabt, was die mitbringen. Ich habe auch eben gesehen, 17 ist noch erhältlich. Ja, super spannend. Denn Graubünden für Pinot Noir natürlich absolute Benchmark in Sachen Herkunft. Und Pinot Noir ja auch, die es vielleicht nicht auf dem Schirm haben, tatsächlich in der Schweiz die meistangebaute Rebsorte. So ganz, ganz, ganz kleinen Ticken vor Chasselas, der Autotonen Rebsorte, der weißen Rebsorte. Und wie gesagt, Graubünden, ein Knaller. Der Wein hier vom Hause Lipp ist ein Pinot Noir aus dem Stahltang. Also hat kein Holz gesehen. Deswegen sehr, sehr auf der Fruchtseite. Ganz, ganz klassisch, elegant, aber auch früh zugänglich. Entsprechend wenig Tannine. Und ich werde den jetzt einfach mal entkorken. Und wieder habe ich was gelernt. Aber ich weiß vor allen Dingen, dass es den schon, dass es allein diese Traube schon bei den Römern gab. So, also Pinot Noir ist mittlerweile auch für mich tatsächlich mit das Spannendste. Auch oft sehr, sehr komplex und sehr, sehr anspruchsvoll. Aber schön, dass Sie das eben im Vorfeld auch sagten, dass der einfache Leinfeind oder wenn der Basiswein in Anführungsstrichen von dem Winzer hochwertig ist, dass das darauf schließen lässt, dass die ganze Kollektion entsprechend gut ist. Und das kann ich nur bestätigen. Das ist einfach super. Übrigens sehr nett, weil Frau Lipp macht auch diese Etiketten. Genau, ganz genau. Also das ist alles sehr... Übrigens Quitte, jetzt ist mir wieder eingefallen. Ah, okay. Der wird Knipp-Quitten-Schnaps. Aber das wollen wir jetzt nicht. Ich lasse ihn mal reinschmecken. Also wenn ich Ihnen jetzt was sage, ich bin ja, wie gesagt, meine... Ja, für alle, die jetzt nicht mittrinken dürfen, das tut mir jetzt wirklich sehr leid. Wir versuchen das zu visualisieren, ja. Ja, genau. Ich finde ihn wunderbar. Das mache ich jetzt nicht, sonst kleckere ich mir hier die weiße Bluse voll. Ich darf das. Sie dürfen das. Der wahre Kenner. Ich finde es immer so lustig, wenn man mit Leuten zusammen ist, die dann gurgeln, machen und sagen, dann wahnsinniger Abgang. Da denke ich immer, du meine Güte. Ich probiere einmal und dann schmeckt er mir oder nicht. Oder eben. Ja gut, aber im Endeffekt... Ich bin da sehr einfach drauf. Das ist natürlich im Endeffekt die Quintessenz, denn was bringt es Ihnen, wenn Sie sagen können, der riecht nach Erdbeere, nach Himbeere, nach Stachelbeere. Oder eben nach einem Holz an Tatsch. Aber der schmeckt nicht. Sehr beerig. Ja, genau. Das ist halt das Schöne jetzt hier. Wir haben, wie gesagt, einen Stahltank und der ist puristisch, würde ich sagen. Also ganz klassisch, dieses rote Beeren-Thema, kommt der wunderbar raus. Eine Würzigkeit und ich würde sagen, ich schaue gerade mal rein, 13,2 Volt. Das ist so ein klassischer Mittagswein im Endeffekt. Ich meine, wir haben Sonntagmittag, das ist völlig in Ordnung, finde ich. Und das ist vor allem trinkig. Und das ist der schöne Pinot Noir, der ist schön leicht. Und somit kann man den sich jetzt schön einverleiben. Und die Farbe ist doch super, oder? Ja, herrlich. Sieht doch schon mal gut aus. Helles, leuchtendes Rote. Cheers. Ja, das ist die Uhrzeit. Kann man nur sagen, man kann ja nicht früh genug anfangen. Ganz genau. Prost. Ich muss dazu sagen, dass ich sehr spät angefangen habe, Wein zu trinken. Okay, ich auch. Ganz spät. Ja, Sie haben spät angefangen. Haben Sie im Kindergarten schon angefangen, so jung wie Sie sind? Nee, vor vier Jahren, viereinhalb. Ja, und wie alt sind Sie? 30 geworden. Alter Mann. Ja, ich war mit 26. Ich war deutlich über 50. Also ich habe überhaupt keinen Alkohol getrunken. Ach. Spannend. Aber ich habe einen Mann, der hat das dann mit für mich übernommen. Und irgendwann habe ich mal gedacht, ich trinke eigentlich nur Rotwein. Oh, das ist aber auch besonders. Denn die meisten sagen, Herr Rot, gerade als Frau, ja, Rot ist mir immer zu schwer oder zu viel Tannin. Spannend. Ja, ich finde Rotwein gut. Und manchmal, je nachdem, was es für einen Wein ist, natürlich jetzt nicht in diesem Fall, habe ich auch gern, wenn er sehr kalt ist. Ich weiß, das sagen alle immer. Aber dieses klassische Raumtemperatur. Ja, das ist ja eh Quatsch. Quatsch. Wann war das? Mittelalter. 15 Grad, oder? Was ist Raumtemperatur? In dem Fall jetzt ist es so, wir haben jetzt die 15, 16 Grad, glaube ich. Früher war ja Raumtemperatur, sie 23 Grad, 22 Grad. Also bei uns zu Hause wäre rein. Ja, genau. Da ist es so warm. Und insofern mag ich es auch lieber, wenn der mal ein bisschen kühler ist. So. Also wir würden uns jetzt weiter einverleiben. Und ich würde einfach mal ein bisschen weitermachen. Ja. Also ich werde immer gefragt, als Blogger, Influencer, wie auch immer das nennen mag ich. Björn, wenn du morgens aufstehst, oder stehst du überhaupt auf, wie sieht so ein Alltag aus? Und das fände ich bei Ihnen jetzt ganz spannend. Zum einen generell, Sie sind ja zum einen Mitglied des Bundestags, aber auch Ratsform, Düsseldorfer Stadtrat. Wie sieht da so ein Alltag aus? Plus, wie hat das Coronavirus das Ganze vielleicht auch nochmal beeinflusst? Ja, also ich bin 50-50. Ich bin ein bisschen mehr. Also Düsseldorf ist mein Wahlkreis. Das heißt, ich bin verantwortlich für die Menschen natürlich, die mich hier in dem Bundestag gewählt haben. Und bin nicht ganz die Hälfte des Jahres in Berlin. Wenn ich in Berlin bin, bin ich Sonntagabends, reise ich dann an. Okay. Damit ich montags schon fit bin und dann arbeite ich wirklich bis Freitag richtig viel, weil es gibt Ausschüsse, es gibt Besprechungen, wir sind im Plenum. Also Berlin ist eine wirkliche Arbeit. Und ich weiß ja immer, manche sagen, Mensch, Politiker, alles feile Säcke, kriegen Kohle. Also ich kann jetzt nur sagen, es ist sehr anspruchsvoll. Jetzt bin ich bei der FDP. Wir sind 80 Leute. Wir sind eben nicht 300 wie die CDU. Das heißt, wir müssen ja, wenn Sie so wollen, das Gleiche leisten. Mit weniger Manpower. Mit weniger, genau. Das heißt, wir müssen wirklich richtig arbeiten. Ich habe ganz tolle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, alle jung, alle so um die 30, also alle im Alter meiner Kinder, die richtig auch rödeln müssen. Aber wenn ich dann in Düsseldorf bin, wird es, entschleunigt es sich etwas. Also das ist Berlin. Berlin ist wirklich, wenn wir auch mal abends essen gehen, in der Regel mit Kollegen aus dem Bundestag oder eben mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Weil so Privatleben in dem Sinne gibt es nicht so. Wenn ich in Düsseldorf bin, habe ich natürlich mehr Privatleben, weil mein Mann lebt hier. Ich habe das Glück, dass meine Tochter mit ihren Kindern hier wohnt. Nicht, dass wir uns ständig sehen, aber es ist nett. Einer meiner Söhne ist hier, mein anderer Söhne lebt in München. Und dann habe ich natürlich die Partei hier. Denn dieser Partei habe ich das alles zu verdanken, dass sie mich nominiert hat, aufgestellt hat. Und dann habe ich natürlich denen zu danken, denen ich gewählt habe. Aber als erstes steht immer die FDP, die mir seit vielen Jahrzehnten das Vertrauen schenkt. Und also Berlin ist morgens sehr früh aufstehen und dann wird gearbeitet. Ich gehöre aber nicht zu denen, die abends, das machen sehr viele in Berlin, wenn sie Abgeordnete sind, liegt ihnen alles zu Füßen. Also sie können essen und trinken bis zum Umkippen, weil jeder kommt vor Abgeordnete und hier ein Gläschen und hier und hier was zu essen. Schönes Borchert. Ja, das mache ich überhaupt nicht. Ich versuche abends um neuneinhalb, zehn zu Hause zu sein und lege dann die Füße hoch, weil sonst ist man irgendwann, platzt man aus der Hose oder steht nur noch unter Alkohol und da habe ich keine Lust zu. Insofern ist das wirklich eine harte Arbeitswoche. Hier in Düsseldorf kommt natürlich dazu, dass ich viel unterwegs bin, mit Leuten spreche und zwar mit denen, die auch gar keinen Zugang dazu haben. Wissen Sie, wenn man in Berlin ist und man spricht jetzt, wie in meinem Fall, über die Bundeswehr, dann glaubt man immer, die ganze Welt müsste darüber reden. Und dann kommt man hier an und dann merkt man, dass die Nachbarn das vielleicht mitbekommen haben, wenn man das Glück hatte, auch mal in der Tagesschau oder im Heute-Journal zu sein. Aber im Grunde ist man da in einer Welt, die nicht jeder so erfasst. Und wenn ich hierher komme, geht es um ganz rudimentäre Dinge. Finde ich eine Wohnung, kann ich mir einen Kindergartenplatz, habe ich einen Kindergartenplatz, wo ist die nächste Schule für die Kinder und so weiter. Da geht es um das, was Politik auch leisten muss, was wir auch anbieten müssen, wo wir auch Lösungen finden müssen. Ist nicht immer einfach. Und dann ist man wieder down to earth, wie es so schön heißt. Ja, spannend. Und dann trinke ich auch ein Glas Wein. Ah, sehr gut. Ich bin auch regelmäßig in Berlin, habe da viele Freunde und auch Läden, wo ich sehr, sehr gerne hingehe. Und ganz spannend, eigentlich mache ich das gleiche. Also ich gehe auch abends dann eben, sitze mal im Borchers oder im Grill Royale oder in der Freundschaft, liebe Grüße an der Stelle, und stelle es dir einen rein, nur dass ich tagsüber nicht arbeiten muss oder nur bedingt arbeiten muss, anders arbeiten muss. Also ganz schön, da gibt es noch Parallelen. Ja, Sie haben ja einen anderen Job, das ist natürlich ganz gut. Slightly, slightly different, ja. Aber wenn Sie in Düsseldorf sind, Sie sind ja hier geboren, wie Sie eben auch sagten, ich glaube, Marienhospital ist das richtig? Ja, ein Marienhospital, genau. Und Sie wohnen bis heute hier, mitten im Pempelfort. Ja, Sie wohnen bis heute hier, was mögen Sie so an Düsseldorf? Also interessant ist, ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich war zum Studium dann in München und ich räume ein. Ich dachte im Moment, ich bleibe in München, weil ich mit Leidenschaft Motorrad fahre und Ski fahre. Und das kann man natürlich auch hier, aber wenn Sie die Alpen riechen, dann brauche ich Ihnen nichts zu sagen. Also ich will jetzt hier keinem in der Eifel oder im Sauerland zu nahe treten, aber ist dann schon eine andere Liga. Und dann war ich, in Semesterferien war ich in Düsseldorf und da hing ich auf der Ratinge rum. Also für die, die das nicht wissen, das ist einfach eine gute Straße. Kann das sein? Genau. So habe ich doch nicht schlechter schüttet. Da habe ich mein Mann blöd angequatscht von der Seite, weil ich nämlich auf dem Motorrad saß und wie das in den 70er Jahren war, habe den Motor nicht ausgemacht. Das war alles so wahnsinnig inkorrekt. Der Motor lief, guter Sound. Da hat mein Mann den Fuß an den Auspuff gehalten. Er hat gesagt, mach mal das Ding aus. Da habe ich gedacht, was ist das für ein Arsch? Mit Verlaub. Aber es entpuppte sich dann alles als sehr nett. Also wir haben dann Jahre später geheiratet, wir haben gemeinsam drei Kinder und dadurch bin ich nach dem Studium. Es war dann eine Zeit lang ich in München, eher in Düsseldorf und nach dem Studium bin ich dann nach Düsseldorf deswegen zurück. Und ja, was macht Düsseldorf aus? Also ich glaube erst mal, dass wenn man im Rheinland ist, man schon geküsst ist, weil die Mentalität der Menschen hier ist, auch wenn ich es jetzt mal vergleiche mit anderen Städten, auch mit München, was natürlich eine tolle Stadt ist. Das möchte ich aber auch jetzt. Absolut, ja, keine Frage. Oder auch Berlin ist eine coole Stadt. Aber ob Sie im preußischen Berlin sind oder im bayerischen München, es ist das Rheinland hat schon einen besonderen, wie soll ich mal sagen, easygoing. Also der Rheinländer als solches, ich erspare mir jetzt zu gendern, ist schon ein guter Typ. Und man kann es hier gut aushalten, auch wenn Fremde hierher kommen. Es ist viel einfacher, egal woher man kommt, aus der Welt, aus einer Region. Wenn man nett ist, dann findet man hier sehr, sehr schnell Zugang zu den Menschen. Das ist nicht in allen Regionen in Deutschland so. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, ich bin, wissen Sie, ich bin hier groß geworden. Und wenn man hier aufgewachsen ist, treffe ich auch ständig irgendwelche Klassenkameraden oder irgendwelche Leute, mit denen ich Party gemacht habe. Die sehe ich dann immer und denke, boah, sind die alt geworden? Was natürlich bei mir nicht so ist. Aber da kommt natürlich viel. Meine Eltern haben uns hier großgezogen. Ich habe zwei ältere Brüder. Ob das Kindergarten, Grundschule, Gymnasium ist, das sind ja alles so. Altstadt. Ich kenne das alles. Samstagabend, Party. Und am Sonntagmorgen war meine Mutter dankbar, wenn sie die Tür aufmachte und ich lag gesund im Bett. Das kenne ich alles, weil meine Kinder hier auch groß geworden sind, diese Altstadtnummer. Aber es ist einfach ein gutes Leben hier. Und Düsseldorf hat sich in den letzten 20 Jahren, wir werden ja heute nicht politisch, aber wir haben hier wirklich eine Menge zu Wege gebracht. Es ist eine sehr, sehr coole Stadt geworden und wir sitzen hier im Andreasquartier. Das war das Amtsgericht. Absolut, ja. Das muss man mal sich reinziehen. Ich war übrigens fünf Jahre Schöfin, bin ich immer hier die Treppe rauf und war also das Hilfsrichterin. Amtsgerichterin, wenn Sie so wollen. Und dürfte dabei sein, wenn irgendwelche Zuhälter verknackt wurden oder Autoraser. Hatte auch was übrigens. Ja, okay. Hatte auch hohe Unterhaltungswert. Also wir sitzen hier im alten Amtsgericht und dass so ein Haus veräußert wurde, gekauft wurde von jemandem Privaten, der das hier zu einem Hotel gemacht hat, beziehungsweise mit Wohnungsanschluss. Das finden Sie in Düsseldorf an vielen Stellen. Und das ist natürlich faszinierend. Das Amtsgericht ist in einen modernen Bau gezogen, was auch klug war. Also das, und so könnte ich Ihnen jetzt, ich erspare es Ihnen, an jeder Ecke, also jetzt nicht Oma erzählt aus dem Krieg, aber es gibt schon so Geschichten, die ich erzähle. Und ich habe eben erlebt, erst mal als Mensch mit Familie, aber auch politisch, wie diese Stadt sich in 20 Jahren entwickelt hat. Und ich lebe hier gern. Ich bin hier glücklich. 21 Jahre Kommunalpolitik. Sie haben ja auch schon einiges mitbewegt. Und wenn Sie jetzt zurückschauen, was sind Ihre Momente, wo Sie sagen, das war ein Highlight für mich, was ich mitbewegt habe, was mich geprägt hat auch? Also es gibt natürlich relativ viel, weil ich war lange im Jugendhilfeausturz, im Sozialausturz, ich habe sehr viel Sozialarbeit gemacht. Also auch diese menschliche Komponente. Aber was mich, wenn ich jetzt mal alles, wenn man so spontan ist, dann ist es im Grunde Stadtplanung. Ich habe das ja gerade erzählt mit dem Amtsgericht. Wenn Sie hier durch Düsseldorf gehen, Düsseldorf war eine Stadt, die im Krieg komplett zerstört worden ist, ist ja den Luftangriffen zum Opfer gefallen. Es gibt hier wenig alte Viertel in dem Sinne. Und wir haben es eben geschafft, vieles sozusagen wieder herzurichten. Dann kam in den 60er Jahren die autogerechte Stadt, also da, wo Hauptsache Parkplätze, jeder dürfte seinen Käfer fahren. Und wir haben mit dem Kölbogen, mit der Entwicklung der Schadostraße eben zurück in die Altstadt unglaublich viel bewegt. Weil wir immer gesagt haben, wenn die Stadt Geld in die Hand nimmt und Gebiete entwickelt, kommen Private. Also ein Euro öffentliche Mittel und die privaten 10 bis 15 Euro kommen hinterher. Und das können Sie hier überall sehen. Und das finde ich schon bemerkenswert. Dann das Rheinufer, natürlich die Rheinuferpromenade. Wobei, es gibt ja Geschichten, dass man sagt, die ist erst ganz neu. Nein, 1979 wurden die Gelder bereits bewilligt. Aber erst in den 90er Jahren wurde sie gebaut. 1993 der Tunnel eröffnet, erst 1995 eröffnet. Keiner kann sich mir vorstellen, mit Verlaub, wie schrecklich das am Rhein war. Nee, also ich kenne es auch nur so, wie es jetzt ist. 250.000 Autos, jeden Tag hin und her, müssen Sie sich vorstellen. Vor allem in der Schöne. Und wir hatten Glück, denn die Gelder wurden bewilligt vom Land und von der Stadt. Und kurz danach fiel die Mauer in Berlin. Und da ging ja viel Finanzmittel in den Aufbau Ost. Und hier war das dann, Gott sei Dank, sozusagen ist es noch hier geblieben, wenn ich das mal so sagen darf. Unsere Nachbarstadt südlich von uns, die schöne Stadt Köln, die ja immer noch darunter leidet, nicht Landeshauptstadt geworden zu sein. Den Briten sei Dank. Die haben das ja nicht mehr hinbekommen, weil es ohne Landesmittel kaum gegangen wäre. Also Stadtplanung finde ich spannend und wir haben viele Ideen. Wir wollen die Rhein-Ufer-Promenade verlängern, weil das ist einfach das, was Qualität ausmacht. Ja, Sie sind viel mit Moppen unterwegs, also mit Motoren unterwegs. Zum einen, wie kommt das? Und Sie pendeln ja auch dann entsprechend zwischen, haben wir ja eben gesagt, Berlin und Düsseldorf. Und ich verfolge Sie, also Grüße an den Gatten, nur auf Social Media. Sie werden keinen beerdigen Mann vor der Tür stehen, haben keine Angst. Sie haben während der Corona-Zeit, während des Lockdowns, glaube ich auch. Ich stehe ja auf junge Männer, aber wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Ja, okay, fair enough. Während des Lockdowns sind Sie, glaube ich, das erste Mal hatten Sie gepostet, so ein Selfie von der Bahn, mit dem Motorrad nach Berlin gefahren. Normalerweise Bahn, Flieger. Ja, also ich fliege viel, mache ich auch keinen Hehl draus. Das ist einfach super. Wir sind hier, also ich habe ein Motorrad und ich habe einen Motorroller. Und ich fahre sehr gerne mit dem Motorroller zum Flughafen, lasse ihn da stehen, steige ins Flugzeug, weil ich habe eine Wohnung in Berlin. Das heißt, ich brauche jetzt auch nicht ständig Klamotten hin und her zu schleppen. Fliege, wenn ich fünf Tage später wieder hierher komme, setze ich mich auf den Rollerfahrt zurück. Wenn das Wetter schlecht ist, bringt mein Mann mich. Wenn man in Tegel landet, noch landet man, dann bin ich in 15 Minuten in der Mitte. Also das ist einfach super. Das ist entspannter, ja. Muss ich sagen, es gibt auch Momente, wenn ich mal Zwischenpausen habe in Hannover oder in der Region, dann fahre ich mit dem Zug. Auch das ist nicht, also ICE ist auch gut, aber Fliegen ist. Also meine Ökobilanz ist jetzt überschaubar. Definieren Sie, mit dem ICE ist gut. Also ich habe es regelmäßig, dass ich irgendwie mal mit der Bahn fahre und der Zug verschwindet irgendwie vom Table oben. Also da weiß ich, mit Ihnen fahre ich nie Zug, weil es gibt ja Leute, die in den Zug steigen und dann bleibt das stehen, weil eine Weiche irgendwie kippt oder so. Ja, das vielleicht nichts an mir, kann auch sein. Aber sonst sind Sie zur Deutschen Bahn eingestellt? Ja, meine Erwartungshaltung, also ich reise sehr viel, auch im Auftrag des Bundestages, eben weil ich Verteidigungspolitik mache. Ja, es gibt viel zu bemängeln, aber es läuft schon hier ganz gut in Deutschland. Also man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, also ich war jetzt im Januar in Japan, kurz vor Corona, da ging das gerade so los. Also die machen das schon auch nicht schlecht. Also wenn da eine Minute zu spät kommt, dann kommt der Schaffner, stellt sich am Anfang jedes Vagons hin und verneigt sich und entschuldigt sich. Es ist irre, ist natürlich jetzt ein anderes Ding, aber es ist schon echt spannend. Aber um auf das Motorrad zurückzukommen, dann kam Corona, damit war das Fliegen natürlich erst mal erledigt und das Zugfahren hatte auch keine Lust zu. Und dann hatten wir einmal das Parlament wirklich unter Notmaßnahmen. Da bin ich mit dem Auto gefahren. Das war eine ganz coole Atmosphäre, weil ich eigentlich alleine unterwegs war. Und dann habe ich das nächste Mal gedacht, das Wetter war so toll. Also irgendwie, als ob uns die Welt den Mittelfinger zeigt. Alle saßen zu Hause und das Wetter war so toll. Und dann habe ich gedacht, ich wollte immer mal mit dem Motorrad nach Berlin fahren und bin bis Hannover auf die Autobahn. Und dann bin ich auf die Bundesstraße 188, kann ich sehr empfehlen. Von Hannover bis Berlin. Ein Traum. Richtige Alleen mit wunderbaren Bäumen. Das sind die Bäume, die der ADAC vor 20 Jahren mal abholzen wollte, weil es da so viele Unfälle gibt. Was Gott sei Dank dann nicht passiert ist. Oder war ich alleine unterwegs und ich räume ein. Ich wollte einmal mit dem Motorrad vor dem Reichstag stehen. Gut, das habe ich dann gemacht. War gut. War eine tolle Fahrt. Selvi war echt cool. Und ich dachte, okay, auf den neuen Ufern machen wir was anderes. Ja, man muss immer aus allem was machen. So, genau. So, jetzt an der Stelle erstmal nochmal Santé. So, zum Wohl. Denn Sie sind wahrscheinlich zu Fuß hier oder fahren lassen? Jetzt bin ich mit dem Fahrrad hier. Ja gut, denn Auto wäre schwierig. Sonst würden Sie wahrscheinlich auf der Umweltspur stehen irgendwo. Ja, genau. Ja, ich wohne hier in der Nähe, muss ich sagen. Ich wohne auch in der Innenstadt. Ich laufe ganz gerne. Ich bin jetzt mit dem Fahrrad gekommen. Und also, ich benutze eigentlich alles, was sich gerade anbietet. Aber Auto fahre ich in der Innenstadt so gut wie gar nicht. Ja. Weil es lästig ist. Und die Umweltspur, die muss ich Gott sei Dank nicht benutzen. Doch, neulich war ich an der Uni. Ja. Da hatte ich einen Termin in der Uni. Und da bin ich falsch rausgefahren. Das Unigelände ist immer so eine Sache. Und dann bin ich auf diese Umweltspur gekommen. Dieser Wahnsinn. Das ist verloren. Und aus. Ja, das ist so. Da stand ich da. Ich habe ein normales Auto, keine E-Spur. Ich war allein im Auto. Man braucht ja zwei Mitfahrer. Ich konnte jetzt auch nicht so schnell zwei organisieren, die einsteigen. Das ist ja eigentlich eine Geschäftsidee, fällt mir da ein. Ja, ich habe es ja mal probiert. Ich kann Ihnen das sehr empfehlen. Ich stand an der Umweltspur, habe mich als Mitfahrerin angeboten. Ich konnte mich kaum retten. Ich meine, es hatte was. Wenn Sie so als Frau da an der Straße stehen mit dem Schild, das hatte irgendwie was. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Nein, nein. Das ist ja für über 18 oder unter 18. Das ist ab 18, ja. Ja, ab 18, okay. Aber ich bin dann ganz schnell mitgenommen worden. Und kann man ein Geschäftsmodell draus machen. Aber das zeigt natürlich, wie bescheuert das alles ist. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Nein, nein, alles gut. Aber ich merke es ja selber, wenn ich Termine habe. Und ich bin viel auch in dem Umfeld von, also gerade im Süden Düsseldorf, aus Benrath, da Urenbach, Hilden, die Ecke. Und wenn du dann mal rein musst, irgendwie zur Rush-Oder, hast du verloren. Da machst du gar nichts. Und ich habe gestern Abend noch mit Freunden gegrillt. Die sind jetzt gerade von Benrath hier nach Pempel vollgezogen. Haben sich dann ein Haus gekauft. Und er sagte, sie fahren sehr, sehr viel Fahrrad. Haben zwar auch ein Auto. Aber er sagte, ganz ehrlich, aus der Perspektive Fahrradfahrer, sowohl Fahrradfahrer als auch Autofahrer, es ist eine Zumutung. Und er sagte, das ist schade und traurig einfach. Ja, und es ist vor allen Dingen, wissen Sie, wir haben ja 250.000 Einpendler, die morgens in die Stadt kommen, hier arbeiten. Genau. Abends wieder raus. Das ist ja auch volkswirtschaftlich ein Wahnsinn. Leute brauchen im Schnitt eine Stunde länger. Ich habe neulich mit einer Ärztin gesprochen, die eine niedergelassene Ärztin ist. Die hat Mitarbeiterinnen, die kommen aus der Region. Und sie hat gesagt, sie macht jetzt nicht um neun auf, sondern um zehn. Weil die müssen ihre Kinder in Wuppertal in die Kita. Die macht aber erst um acht auf. Ach, Schande. Ja gut, das halte ich. Und ich sehe. Und kommen aber zu spät an. Und jetzt hätte sie den ganzen Rhythmus nach hinten geschoben. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also Statement zum Fahrradverkehrskonzept von Frau Stag-Zimmermann. Wir brauchen eine Verkehrsveränderung, überhaupt keine Frage. Wir haben zu viele Autos und die Leute sehnen sich nach Alternativen. Aber das macht man mit den Menschen. Und es muss attraktiv sein halt. Genau. Und ich weiß das ja selber, wenn Sie attraktiven öffentlichen Nahverkehr haben, wenn Sie am Stadtrand das Auto stehen lassen könnten und könnten dann in einen Pendelbus einsteigen, würden die Leute das auch machen. Und das muss man anbieten und nicht ihnen einfach die Tür vor der Nase zu. Wo wir es gerade einmal in der Richtung, in der Ecke sind, ein bisschen politischer vielleicht zu werden. Aktuell, die letzten Wochen, waren ja gerade in der Altstadt schon Sachen Sicherheit und Co. einigermaßen heikel. Ich habe das nur eben aus der Zeitung. Ich bin keiner, der irgendwie auf die Bolka geht oder ähnliches. Was ist da los? Was kann man tun? Auch heute war ja wieder in der Zeitung. Gestern haben sie wieder komplett randaliert. Und Videos. Und das ist völlig irre. Ja, also das ist ein sehr ernstes Thema. Also ich fange mal an. Natürlich war die Altstadt nie ein Mädchenpensionat. Ich sagte Ihnen ja, dass auch vor 40 Jahren, als ich hier auf die Rolle ging, meine Eltern froh war, wenn ich morgens lebend im Bett, mich im Bett vorgefunden habe, weil hier immer was los war. Sie sagen gerade Bolka. Gut geschenkt, Altstadt. Altstadt ist Altstadt. Bis zu einem gewissen Grad. Genau. Was aber seit einigen Jahren ist, und ich kann das auch beurteilen, weil ich eben am Rande der Altstadt wohne, Sie können im Grunde ab Freitagabend 11 Uhr bis Sonntagmorgen, also vor allem in der Nacht, ist eine No-Go-Area. Und ich spreche jetzt gar nicht, dass es nur was Frauen betrifft, sondern es ist einfach gruselig geworden. Und was jetzt hinzukommt, das hat mit Sicherheit auch was mit Corona zu tun. Es sind extrem viele Leute unterwegs, entweder haben die Langeweile oder haben keine Alternativen, die sich einfach hier benehmen wie eine offene Hose. Und es kotzt einen an. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde, das muss sich keine Stadt gefallen lassen, weil das Problem ist ja immer, dass die Menschen, die kommen, um zu feiern, selbst wenn sie mal ein Glas zu viel getrunken haben, dann nehmen sie eine Taxe oder die Straßenbahn fahrt nach Hause, auch die haben ein Anrecht, in Ruhe zu feiern und nicht angemacht zu werden. Und Randale. Und die Stimmung ist so aggressiv geworden, dass mich, ich übertreibe nicht, Horden von Menschen anrufen, was wir tun können. Eine Stadt kann was tun. Man muss diesen Typen, die hier Randale machen, das Leben ungemütlich machen. Und am langen Ende muss Polizei rein. Und wer sich hier nicht benimmt, fliegt raus. Der Herr Geisel, der jetzt die letzten acht Wochen seiner Amtszeit heute angetreten hat, der sagt immer, er sei so überrascht, dass ich so für Law and Order bin. Und der hat gar nicht kapiert, was liberal zu sein heißt. Liberal heißt, dass jeder das machen kann, was er will, solange er nicht die Freiheit und Rechte des anderen beeinflussen. Das heißt, hier nicht über Tisch und Bänke zu gehen, alles zu zertrümmern. Und es ist aber nicht nur in der Altstadt. Und jetzt hier unmittelbar. Es fängt in Angermund an, in Baggerseen an. Es geht weiter über Kaiserswerd. Ich höre das aus Himmelgeist. Egal, immer in Rheinnähe. Jetzt habe ich gerade einen Anruf aus Gerresheim bekommen. Da wurde eine Sportstätte gestürmt von jungen Leuten. Da ist der Oberbürgermeister selber hingefahren, um zu gucken. Und ist dann gegangen, hat gesagt, ich kann nichts machen. Jetzt glauben Sie das? Also ich meine, verstehen Sie, das ist einfach ein Versagen auch. Und ich glaube, dass da vieles zu tun ist. Und ich würde das als Oberbürgermeisterin auch machen. Es ist jeder willkommen, aber Leute haben sich zu benehmen. Ich wundere mich halt immer. Also gerade jetzt, auch wo Sie sagen, Corona hat sich das Ganze nochmal verändert. Ich finde auch dieses leidige Reinterrassenthema, es ist einfach irre. Ich meine, jeden Tag sitzen da hunderte von Leuten. Heute wahrscheinlich draußen die Sonne, die ballert ohne Ende 26 Grad. Ich will nicht wissen, was da los ist. Ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach das Ding absperrt. Und jeder, der sich da trotzdem hinsetzt, der kriegt eine Strafe von x-hundert Euro. Und dann ist das Ding gegessen. Das machen die einmal, max. Und dann ist das Ding gelaufen. Ich verstehe es nicht. Also es ist einfach auch schade. Und es ist eben das Thema, dass man eben auch andere, ich bin zum Beispiel Risikogruppe zum Thema Corona. Und wenn du da jetzt irgendwelche Späßelrumtouren hast, die auf alles schütten, dann ist es mir ein Rätsel bis heute. Und es ist ja jetzt nur nicht seit zwei Wochen eben das Thema Corona. Also es wurde die letzten Jahre immer mehr. Es hat sich jetzt wirklich entladen. Das ist gar keine Frage, da hat sich was entladen. Es sind sehr viele Leute, die aus anderen Orten und Städten kommen. Und grundsätzlich sind wir ja weltoffen und freuen uns, wenn Gäste kommen. Absolut, klar. Deswegen sage ich, die Reihenländer als solches, so, wir sitzen ja nicht im eigenen Saft. Aber das löst extreme Aggressionen aus. Und vor allen Dingen, wenn Sie dann mit Anwohnern sprechen, ich möchte ja auch nicht, dass die wiederum aggressiv werden und sagen, hier muss alles zugemacht werden. Das will ja auch keiner. Aber es führt eben dazu, dass da jetzt wirklich... Andere Maßnahmen nochmal. Genau. Ja, bis hier, dass man muss auch nicht mit dem Auto am Rhein entlangfahren. Ich wusste gar nicht bis vor kurzem, dass das überhaupt möglich ist. Ja, das ist ursprünglich mal für Anwohner gemacht gewesen, weil die Garagen haben, das ist ja auch richtig. Aber das wurde dann entdeckt. Und man muss sich natürlich klar machen, so wie wir jetzt hier das Netz nutzen, das natürlich durch WhatsApp und durch dieses Ich bin hier, kommt ihr auch, man eben auch wirklich in Minuten Leute mobilisiert zu kommen. Ich meine, das kennt man. Sie machen irgendwo Urlaub, schicken ein Bild. Ich sage, ist ja cool, gehe ich auch mal hin. Das war vor 10, 15 Jahren so nicht. Da haben sie Fotos, naja, sie sind jetzt zu jung, aber ich habe den 24er Farbfilm gekauft und bis der entwickelt war, die Hälfte der Fotos war doof. Und dann habe ich das Leuten gezeigt, dann war das aber schon wieder Wochen später. Und nicht so Live-Action, so regelnd am Meer oder so, wie Sie sich vorstellen können. Mache ich ja regelmäßig auch. Mache ich das auch regelmäßig. Aber ich wollte nur sagen, dass natürlich soziale Medien auch das unheimlich triggern, so was. Absolut. Fluch und Segen. Und wir haben neulich hier mit den Freunden, die auch heute hier dabei sind, wir haben ein Rhein-Clean-Up gemacht. Also das gibt es einmal im Jahr, von der Quelle bis zur Mündung, dass die Leute die Strande sauber machen. Und da waren wir unterwegs. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, was da für Tonnen an Müll gesammelt wird, weil Leute Party machen und ihren ganzen Dreck liegen lassen. Anstatt einfach ihren Scheiß mitzunehmen, eine graue Tüte rein, zu Hause zu entsorgen. Das ist die Frage, machen die das zu Hause auch? Ja, das habe ich schon einige gefragt. Aber mir wurde dann immer gesagt, nee, das wiederhole ich jetzt nicht, das ist nicht jugendfrei. Und das ist genau das Thema. Und das macht Leute aggressiv. Und da kann man was tun, da muss man was tun. Und da muss man auch sagen, wir sind hier kein Freizeitpark. Und die Menschen, die in dieser Stadt leben, sind die Stadtisten. Sondern wir sind gastfreundlich. Ihr seid willkommen. Und wenn die Gäste uns auf den Keks gehen, weil sie sich nicht benehmen kommen, sollen sie zu Hause bleiben. Ja, das ist ein gutes Statement. Das finde ich völlig dabei. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz das Glas hier lernen. Weiter trinken? Ja, immer weiter trinken. Wird immer lockerer. Wir müssen auch hören, weniger zu trinken. Das ist generell die Devise. Ja. Die ist ausgegeben. Deswegen, wir stoßen nochmal an. Das sieht aber sehr traurig aus in diesem Glas. Ja, ich sage Ihnen auch wieso. So, erstens hängen Sie hinterher. Ja, aber das muss ich sonst. Achtung. Also, ich habe nämlich gesagt, okay, Frau Stark-Zimmermann bringt was aus der Schweiz mit. Und ein Freund von mir, Nico von Haugwitz. Liebe Grüße an der Stelle. Das ist jetzt keine Werbung, das ist einfach nur ein tolles Projekt während der Corona-Zeit. Sie gehen wahrscheinlich auch viel essen. Oder gerne essen in Düsseldorf. Momentan ist ja, wir haben jetzt die Woche wieder zwei Klamotten erlebt, dass absolute Institutionen schließen. Und Nico von Haugwitz war bis letztes Jahr in Hamburg bei einem sehr, sehr großen, oder ich glaube, beim größten deutschsprachigen Online-Händler für Wein eben. Der Federführende ist jetzt in der Schweiz, in Luzern und hat verantwortet dort eine ganze Reihe von Weingütern und hat zum Beginn der Corona-Zeit gesagt, okay, wir müssen irgendwas tun. Ich gehe gerne essen. Björn, du gehst auch gerne essen. Wie findest du diese Geschichte? Und das Ganze heißt, mal kurz den Wein aus dem Eis holen. Wir gehen jetzt nämlich mal kurz drüber auf Weiß. Ich hoffe, Sie sind... Ja, alles gut. Das passt, ne? Ja, ja. Das Ganze heißt, Help with a bottle today. Wie gesagt, kleine Werbung, einfach nur eine gute Geschichte. Und es geht darum, eine Winzer stellen den Wein zur Verfügung. Dieser Wein wird über die Webseite, die genauso heißt, verkauft. Und das Ganze geht in eine Art Fonds und wird dann in die Gastronomie in Deutschland und der Schweiz aufgeteilt. Und das Coole ist, ist jetzt seit, ich glaube, zwei Monaten online, anderthalb Monaten und hat jetzt schon eine halbe Million Euro erwirtschaftet. Und das ist wirklich irre. Das ist die erste Auflage. Da gibt es verschiedene Weingüter, die sich da beteiligt haben. Und ich habe jetzt hier was dabei, natürlich dann eben auch aus der Schweiz. Deswegen müssen Sie jetzt ganz dringend Ihr Glas leer machen. Ah, wir machen das. Ein Glas, ja. Ja, wir machen das ja ordentlich heute. Wir spielen jetzt einmal aus. Alles gut. Trifft sich wieder. Vielen Dank. Einmal durch. So. So, was ist das jetzt? So, das ist jetzt noch ein Rosé. Ein Rosé, ich wollte gerade sagen. So. Das ist sehr abrischend. Ganz genau. Ah, gefährlich, gefährlich. Meine Damen und Herren, die Zunge wird schwerer. Also der Pinot gerade war ja auch schon ein Bein, der sehr, sehr leicht und auch einfach trinkig ist. Das Ding läuft ja so runter. Ich sage mal, der Durst treibt es rein. Aber es war auch echt geiles Zeug mit Verlaub. Ja, das freut mich aber. Habe ich doch instinktiv richtig. Es tut mir jetzt alle leid, die hier im Raum sein und nicht mit trinken, aber ein bisschen lassen wir übrig. Ja, wir kriegen gleich noch was. Keine Sorge. Nee, generell, Pinot aus Graubünden. Wie gesagt, die Schweizer trinken alles im Land. Es wird kaum was exportiert, nur knapp drei. Ich muss übrigens ganz kurz sagen, ich reise ja gern und viel und ich trinke extrem gerne Wein, wenn ich vor Ort bin. Okay. Ja. Ich habe sogar schon mal, ich bin durch Thailand gereist und wo ist es jetzt nicht, das große Anbaugebiet. Gibt es aber auch ein paar Sachen. Genau. Ja. Und da waren wir in Bangkok und dann sagte der Kellner, der Sommelier, ja, wir haben einen Thai Wein, da hat mein Mann gesagt, probieren wir, weil wir das irgendwie interessant finden, auch mal was zu probieren, was vor Ort, also vor Ort angebaut wird. Aber kennen Sie das, bevor wir jetzt weitermachen, kennen Sie das, Sie sind irgendwo am Meer oder Italien, Balearen, was auch immer und sagen, ach, das ist ein toller Wein aus dem Restaurant, Sie kaufen davon zwei Kisten, nehmen die mit. Genau. Und da sitzt sie zu Hause und es schneit und es regnet und sie denken, oh, irgendwie hatte ich den jetzt irgendwie ein bisschen spannender in Erinnerung. Kennen Sie das auch? Ja, also das ist übrigens, wir sind den Sommer über eigentlich immer in Griechenland, wenn es kein Corona ist. Griechische Weine, tut sich inzwischen was? Gibt es knallere Sachen, absolut. Und das ist aber dann, wie Sie sagen, die Atmosphäre am Rhein, am Meer, Entschuldigung, jetzt bin ich schon hier, wie der in Düsseldorf und wenn man das dann mitnimmt, das ist wie der Uso, den ich mit Leidenschaft trinke, aber nicht in Düsseldorf, weil irgendwie gehört dazu eine Atmosphäre, und so ist das natürlich auch mit Wein. Aber ich muss sagen, der schmeckt gut, auch der Schweizer Wein, auch in Düsseldorf und wenn das so weitergeht, dann... Ja, wir arbeiten ja jetzt, es ist nicht nur Spaß. Ja, stimmt. Wie gesagt, die Schweizer trinken alles im Land, das ist ganz spannend. Eine der, die Regionen oder generell Schweiz, die Weinproduktion ist ja wirklich überschaubar groß, es ist kleiner, die Rehfläche ist kleiner als in Baden, deswegen bleibt da nicht viel und das meiste, wirklich 97%, 96% werden in der Schweiz auch von den Schweizern getrunken, das heißt, man muss Glück haben, wenn man überhaupt was bekommt, deswegen umso happier, dass wir heute zwei Weine haben, und das Zweite ist jetzt, wir wechseln jetzt mal von Rot auf Weiß, man muss ja flexibel sein und draußen, wie gesagt, die Sonne ist Star 26 Grad und wir haben jetzt hier den Klassiker, der ist jetzt wirklich weiß, ja genau, Pinot Noir, die meistangebaute Rebsorte und jetzt haben wir hier die Rebsorte der Schweiz, Chasselat, die zweitmeistangebaute, also ganz knapp hinter dem Pinot und das ist ein Wein, wenn Sie mal reinriechen, mal reinschmecken, das ist knackig frisch, hat eine gute Säure, hat eine feine Frucht, aber auch eine schöne Floralität und das Problem ist, wenn Sie dann jetzt mal, der läuft so durch, gefährlich, ja, aber es ist auch schön, es muss ja auch laufen, also die beste Flasche ist die leere Flasche beziehungsweise das leere Glas, das man nochmal nachschenken kann, das ist ganz wichtig. Aber ich muss sagen, das ist wirklich, der schmeckt wirklich gut. Ich habe ja gesagt, dass ich mir bei Rot bin, weil ich oft Weißweine getrunken habe, die ich als extrem säurehaltig. Die weißen jetzt? Ja. Ja, das hier ist ganz gut gepuffert, also der hat ordentlich Säure, aber die ist gut integriert und das Ganze kommt von der Maison Guéliard eben über dieses Help with a bottle today Thema und das ist ein Weingut, das jetzt seit über 100 Jahren besteht und Steillagen hat, wo eben der Chasselat wächst und ich finde, ich habe eben schon mal hier und da was ausgeschenkt, das kam überall sehr gut an, das ist extrem trinkig. Ah, das Team hat auch schon? Ja, da bin ich aber froh, ich hätte es jetzt schon ein schlechtes Gewissen gehabt, ein bisschen Kameraden, wir betrinken uns hier und der Rest sitzt da vor leeren Gläsern. Nein, das passt schon. Also Nico, an der Stelle liebe Grüße, tolles Projekt nach wie vor, ich versuche es weiterhin zu unterstützen und der Wein ist auch echt gut, also es schmeckt schon wieder. So, zurück zum Thema. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das in der Weinbranche, in der Weinwelt immer, immer mehr an Bedeutung gewinnt, sowohl im ökologischen als auch im ökonomischen, entlang der ganzen Produktionskette. Jetzt sagen Sie ja zwischendurch mal, Nachhaltigkeit ist ein schwieriges Wort. Was meinen Sie damit und wie wichtig ist Nachhaltigkeit für Sie in Ihrer Tätigkeit? Also das ist, es ist ein schwieriges Wort, weil es oft Worte gibt, die so missbraucht werden für alles. Wenn man sich wirklich damit beschäftigt, ist etwas nachhaltig zu machen natürlich richtig. Das ist ja, ich komme jetzt nochmal auf Stadtplanung zurück, ist natürlich alles, was wirklich lange haltbar ist. Also wo man in die Zukunft denkt, was bedeutet das für die Menschen, die auch nach einem kommen? Übrigens in der Politik gibt es ja immer den einen oder anderen, der denkt an jetzt, aber wir haben ja Verantwortung auch für die, die in der Tat nach uns kommen, für junge Menschen. Und das heißt nachhaltig. Das Wort wird nur immer wieder eingesetzt, wo man denkt, gehen. Und das ist natürlich was Anbau betrifft. Jetzt wird hier das Haus auseinandergenommen. Ja, die bauen, ich glaube, die crushen das Eis, glaube ich, gerade nochmal. Das ist okay, das ist in Ordnung. Ja, alles gut. Ist das natürlich das Richtige, dass man Dinge macht? Ja. Wir beschäftigen uns übrigens gerade mit den Olympischen Spielen 2032, ob wir die in das Rhein-Ruhr-Gebiet kommen. Okay. Und da habe ich mit dem Organisator Herrn Mons gesprochen, dass man so etwas nur noch in Deutschland wirklich durchsetzen, positiv, also wo Leute sagen, super, wenn es eben nachhaltig ist. Also wenn man nicht Hallen, Hallen, Hallen baut und anschließend nach zwei Wochen, drei Wochen stehen die im Weg rum, sondern dass man wirklich mega coole Ideen hat. eben bei Schalke will man in das Stadion das Schwimmstadion integrieren. Also gibt es einfach tolle Ideen. Das ist nachhaltig, sodass man es spurenlos anschließend wieder einpackt. Okay. Themenwechsel. Ihr Lieblingsrestaurant, warum? In Düsseldorf natürlich. Momentan Roberts am Rhein. Okay. Am Rhein sind ja einige Restaurants, die, ich will jetzt keinem zu nahe treten, überschaubar sind. Haben Sie gesagt? Ja. Nein, das ist gut. Ja. Imbiss, Snack, Tralala, Stück Kuchen. Hat lange, hat lange gefehlt und dann ist Robert Hülsmann hat das aufgemacht und er kann das halt auch. Ja, er kann es einfach. Er kann es einfach. Fairerweise sagen, ja. Er kann es und was einfach klasse ist, er hat einen unvorstellbaren Gerichte, die es gibt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach. Man sitzt klasse und es ist für uns einfach nur ein paar Minuten entfernt. Ja gut. Weil jetzt, wo wir hier sitzen, jetzt hier im Haus sind auch einige Dinge, aber es ist unser Glück, weil es eben in der Nähe ist und meinen abendlichen Rotwein oder trinke ich dann in der Zicke. Ah, auch schöner Laden. Ja, den Laden gab es schon, da war ich Studentin. Ich bin wirklich überrascht, dass es Dinge gibt, die nachhaltig sind. Genau, aber Roberts ist momentan das, was ich einfach toll, weil es so unkompliziert es gibt, vorbei ist eine Kleinigkeit, kann auch mal nur ein Stück Käse essen. Was trinken Sie da? Was bestellen Sie da? Wenn Sie mit Ihrem Mann da sind? Ich war letztes Mal im Orthopäden da, wir hatten einen geilen Abend, wir haben ein paar Austern bestellt, was der so macht und Essen ist ja alles on point, ist total simpel im Endeffekt, aber macht ja Spaß. Und da gibt es ein paar schöne weiße Burgunder auch, was ordern Sie da? Das mein Mann ordert und ich trinke mit. Gut, fair enough. Ja, aber wenn ich Ihnen jetzt sage, was weiß ich nicht, aber ich teste immer alles so durch und es ist für mich wirklich interessant, weil ich eben sehr spät zum Weintrinken gekommen bin, was einen Grund hat, dass wir in der Regel immer gefahren sind und ich bin gefahren. Don't drink and drive an der Stelle? Ich bin ein 0,0 Promille. Okay. Also ich werde jetzt auch nach unserem Date das Fahrrad nach Hause schieben und insofern, mein Mann hat Ahnung von Wein, der sucht es aus und ich probiere es. Aber es ist wirklich so, wie wenn ich eine Hose kaufen will. Ich steige in die Hose und weiß sofort, ist was oder ist nicht. Da kann jemand zu mir sagen, sieht aber toll aus, wenn ich mich da nicht wohlfühle, wenn mir einer sagt, das ist ein Wahnsinnswein, sowas von und erklärt jetzt, wie fruchtig und abgangen und so weiter und ich trinke den und er schmeckt mir nicht, dann ist das auch okay. Ich komme ja aus der Verlagsbranche ursprünglich und habe immer gesagt, wenn man ein Buch anfängt zu lesen und die ersten 30 Seiten machen einen nicht an, zu machen, weglegen. Ich kenne das nur als Leser, aber genau die Theorie ist das. So ist das mit Wein. Ich meine, jetzt ist Robert ja ein Laden, der für das Gesamtkonzept steht, für dieses easygoing, bon vivant mäßig. Was ist für Sie Genuss? Wie würden Sie Genuss für sich selbst definieren? Können Sie das? Ja, also Genuss ist für mich nicht nur Essen und Trinken, Genuss ist, wer auch mit am Tisch sitzt. Das Gesamtpaket. Ja, wenn man mit Freunden zusammensitzt, wenn man mal nicht über Politik spricht, es gibt ja noch anderes, ist natürlich, wenn Sie in so einer exponierten Situation sind, wie ich bin, jetzt mal losgelöst vom Wahlkampf, habe ich natürlich viele Freunde, die mich ein Leben lang begleiten, die sagen, hör mal, apropos und wie war das und jenes. Aber wenn man einfach mal zusammensitzt und dem lieben Gott dankt, dass man Freunde hat, dass man gesund ist, dass man ein Glas Wein genießt, Essen genießt, das ist für mich Genuss. So, und jetzt sitzen Sie zusammen und trinken vielleicht ein, zwei, drei, vier Gläser über den Durst. So, das soll ja vorkommen. Also, kommt bei Ihnen nicht vor. Ernsthaft? Nee. Das ist ja langweilig. Ja, also, das übernimmt der Rest meiner Familie. So viel zur Nachhaltigkeit. Also, das ist nicht gleichmäßig verteilt. Ich wollte noch der Katerbewältigungsstrategie von Frau Stark-Zimmermann fragen. Das ist ein Konterbier, das ist ein Espresso. Ich finde, ich räume ein, dass ich ungern alkoholisiert bin, weil dieses Gefühl, ins Bett zu gehen und man muss das Bein rausstrecken, weil das Bett sich zur Achterbahn entwickelt, habe ich erlebt als junges Mädchen, wenn ich mit Freundinnen unterwegs war und wir die Flasche Lambrusco kauften für einen Euro, Quatsch, für eine D-Mark 95 für die, das ist die Währung für den Euro. Da waren zweieinhalb Blätter drin und wir haben uns die richtig reingezwitschert und dann war... Da waren die Lampen an. Da war so und ich erinnere mich, das waren Erfahrungen, das war natürlich alles streng verboten allein, deswegen war es schon cooles zu machen. Also ordentlich Lambrusco. Sind Sie aber rausgewachsen? Und da bin ich dann irgendwann rausgewachsen, weil ich gedacht, das ist einfach schrecklich. Also ich bin nicht gerne... Also es gibt so ein Stadium, wo man so entspannt ist und angenehm. Das ist das Beste, was du machen kannst. Das ist super. Ja, das ist ein Traum. Und dann ist Schluss. Aber wenn anfängt, die Welt sich zu drehen oder man merkt, nee, ich mag das gar nicht. Also nicht wegen des Kontrollverlustes, also da müsste ich schon sehr viel trinken, aber ich finde, also ich finde es schrecklich, wenn Leute trinken, trinken und dann ihnen schlecht wird und sie Stunden brauchen oder 24 Stunden und wieder... It's a recovery. Okay. Ja, das ist... Ja, gut, fair. Also ich weiß, wann der Punkt gekommen ist, wo man sagt, bis hierher und nicht weiter. Bevor wir gleich schließen, fände ich es noch, wir haben ja jetzt sowohl über das Thema Genuss, über das Thema Wein, aber auch über das Thema Düsseldorf und eben auch Politik natürlich gesprochen. Abschließend vielleicht noch, bevor wir in die letzten Fragen gehen, was sind Ihre Visionen für Düsseldorf? Was haben Sie auf dem Zettel? Warum sind Sie die Beste auch für diesen Job in dem Fall, um Düsseldorf in den nächsten Jahren zu führen, zu begleiten und Sachen möglich zu machen? Also ich habe natürlich Visionen für Düsseldorf. Wir müssen diese Stadt, wie viele Städte, die sehr schnell, sehr stark wachsen, natürlich auch darauf vorbereiten. Man muss sich vorstellen, Düsseldorf war übrigens vor dem Zweiten Weltkrieg, hatte 750.000 Einwohner. Das wusste ich nicht, okay. Ja, aber weil der Anspruch der Menschen zu leben ein anderer war. Da hat man mit vier Leuten, haben da auch durchaus in drei Zimmern gewohnt, Kinder immer zusammen in einem Zimmer. Also die Quadratmeterzahl, man rechnet heute pro Nase pro Quadratmeter, pro Nase um die 50 Quadratmeter, 45 Quadratmeter. So, heute sind wir auf dem Weg 640, 645.000. Als ich politisch aktiv wurde, waren wir bei 500.000. Also die Stadt wächst. Absolut klar. Das hat jetzt nicht nur was damit zu tun, weil Düsseldorf eine coole Stadt ist. Alle Städte wachsen, weil die Leute verstärkt wieder aus den ländlichen Gebieten zurückziehen. Hat viele Gründe. Wenn man älter wird, will man den Arzt vor der Tür, die Apotheke, will das Theater und den Konzertsaal vor der Tür. Letzteres muss ich immer lachen, als ob die Leute jeden Abend ins Theater gingen. Aber die Tatsache, sie könnten, wenn sie wollten. Ja klar. Das ist der Punkt. Das ist ja nicht so, dass sie ständig auch. Aber dass man in einem urbanen Leben leichter alt werden kann. Ich weiß das von meinen Eltern. Meine Eltern durften sehr alt werden und ich weiß, was Urbanität und Nachbarn bedeutet. Und eben nicht mehr in irgendeinem Haus sitzen, wo man die Autos zählt, die mal vorbeikommen. Das heißt, der Druck auf die Städte nimmt zu. Und damit aber auch Infrastruktur. Damit sind Familien, die, wissen Sie, wenn man das erste Kind bekam, zog man raus, wenn man in ein Haus wollte. Das ist heute nicht mehr so. Leute wollen in der Stadt bleiben, sagen, lieber, ich bin mal eine Zeit lang, wohne ich etwas beengter und schleppe dann die Kinder und die Flaschen die Treppe hoch. Aber zentral. Genau. Das heißt, wir brauchen eine entsprechende Versorgung für Kinder. Wir brauchen entsprechende Schulen. Das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Und das muss eine Stadt erst mal leisten. Dann das ganze Thema Wohnraum. Das werden Sie in Stuttgart und München genauso hören wie in Düsseldorf. Der Wohnraum ist zu teuer geworden. Es ist völlig absurd, wenn zwei Leute arbeiten und ich sage mal ein durchschnittliches Einkommen haben, wo man sagt, Mensch, das ist eigentlich ordentlich und man anfängt, die Hälfte dafür für eine Miete auszugeben und von Eigentum zu erwerben. Wenn dann nicht Eltern und Großeltern sind, die sagen, hier, so. Und das geht einfach nicht, weil wir verlieren den Mittelstand. Die Leute, die Geld haben, wunderbar, die werden sich austoben. Wir sind dafür da, dass die, denen es schlecht geht, dass Sozialwohnungen verstärkt gebaut werden. Da gibt es auch ein Förderprogramm jetzt aus Berlin. Alles gut. Aber alles, was dazwischen ist. Das heißt, das ist eine Aufgabe und ich sage Ihnen das auch, dass ich vor zehn Jahren anders gesprochen hätte. Ich glaube, dass eine Stadt verstärkt Grundstücke erwerben muss, entwickeln muss und dann in städtebaulichen Verträgen sagen muss, was wir wollen. In Erbpacht auf 99 Jahre, weil wir werden den Grund und Boden werden wir nicht reichhaltiger machen. Die Preise werden wir nicht drücken. Aber man muss bis zu einem bestimmten Punkt in den Markt eingreifen, damit Menschen hier bleiben. Familien. Ich habe es mitbekommen in einem anderen Podcast, dass Sie erwähnt hätten, es gibt sogar die Überlegung zu sagen, man macht vielleicht am Rand von Düsseldorf nochmal einen neuen Bezirk, einen neuen Stadtteil mit nachhaltigen Materialien oder mit anderen Materialien, wo man eben mal was Neues ausprobiert, um eben Düsseldorf auch nochmal ein bisschen zu ziehen. Düsseldorf ist prinzipiell eine kleine Stadt. Wir haben wenig Fläche, das heißt, wir stoßen an die Grenzen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber wir haben im Osten der Stadt, hinter Ludenberg, noch große Flächen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, oh Gott, das muss alles unberührt bleiben. Wenn man aber nachhaltig baut, wenn man andere Materialien benutzt und wenn man auch mal junge Architekten zum Zug kommen lässt, wo man auch mal anders denkt. Also ich meine, ich lebe ja schon deutlich länger als Sie und man muss sich selber auch mal lösen davon, weil was das, was man selber als Kind, Jugendliche oder Erwachsene erlebt hat, dass das immer state of the art ist und dass man neu denkt. Es gibt tolle Architekten, wir haben übrigens nächste Woche Stefan Forster da aus Frankfurt, der hier einiges gebaut hat, heute in der Welt am Sonntag ein interessanter Artikel über seine Art, der eben auch erklärt, Mensch, warum fühlen sich Leute in bestimmten Häusern eigentlich so wohl? Warum wollen Leute am liebsten in Altbauten ziehen? Höhere Decken? Da könnte man doch sagen, also jetzt nicht Walt Disney, dass man das genauso baut wie in die Jahrhundertwende, aber das, was Menschen anspricht, wieso bauen wir so nicht? Und er erklärt auch, und deswegen ist der Artikel auch ganz spannend, warum Städte austauschbar werden, weil überall immer dasselbe gemacht wird. Also das ist ein Thema, das können Sie als Stadt beeinflussen, dann, ich sagte vorhin, das Verkehrsthema, nicht immer diese Feindschaft dem Auto gegenüber, sondern Alternativen schaffen, nicht immer dieses, wissen Sie, man kann auf jede Straße, kann man pinseln, Fahrradwege ohne Ende, dann bremst man alle aus, aber das ist ja nicht, wir brauchen mehr Fahrradwege, aber dieses Ideologische, immer dem Autofahrer, der übrigens auch Fahrrad fährt, in der Regel, in der Regel, immer zu sagen, das Auto ist der Feind des Menschen, und jetzt gehen wir nur noch aufs Fahrrad, wissen Sie, ich habe drei Kinder großgezogen, wenn ich eingekauft habe, dann habe ich nicht ein Fahrradkörbchen gehabt, und mit der fünfköpfigen Familie wird das Körbchen eng, und da ist man ein bisschen lässig, und dass man die Situation erkennt, und Großstädte werden sich verändern, sie werden sich verändern, weil der Verkehr zunimmt, keine Frage, aber das sind Themen, und auch was Sie ganz am Anfang sagte, Thema Sicherheit, Sauberkeit, ich möchte, dass Menschen sich hier wohlfühlen in der Stadt, und dass mir nicht ältere Menschen sagen, Vorstadt Zimmermann, ab Freitagnachmittag, ich in der Innenstadt, bis Montag gehen die mehr raus, genau, und das sagen mir Leute, die hier großgeworden, da sage ich immer, das kann nicht sein, das geht nicht, also lange Rede, es gibt viel zu tun, wir müssen auch für die da sein, denen es nicht so gut geht, übrigens nach Corona mehr denn je, und wir sind eine Stadt, wir haben bisher gut gewirtschaftet, das wird jetzt alles natürlich eine große Herausforderung, aber ich sage immer, wenn es eine Land schafft, ist es Deutschland, und wenn es eine Stadt schafft, ist es Düsseldorf, vorausgesetzt die Bürgermeisterin heißt Strack Zimmermann. Wow, das war jetzt echt das Wort zum Sonntag. Ja, einen habe ich aber noch, also ich meine, okay, noch einen. Ja, sorry, muss ich jetzt leider, es gibt, also Sie sind ja jemand, der viel gereist ist, sehr viel gereist nach wie vor, der viel unterwegs ist, viele Menschen trifft, ich finde sowas immer sehr, sehr bereichernd, Eindrücke zu bekommen, Impressionen zu kriegen, mit Menschen zu reden, und die Frage ist jetzt, nach dem, was Sie schon alles erlebt haben, was sind noch Sachen, wo Sie sagen, das möchte ich noch machen, also ob das jetzt eine Reise ist, ob das ein Gespräch ist, ob das, was kann da noch kommen? Also ich reise für mein Leben gerne. Entschuldigung, außer Oberbürgermeisterin von Düsseldorf. Ja, also ich reise sehr, sehr gerne, das ist richtig, und ich durfte in den letzten drei Jahren, weil ich im Verteidigungsausschuss sitze, dorthin reisen, wo die Bundeswehr ist, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, das sind Gegenden, da macht man keine Reise in als Touri, da geht man hin, um zu sehen, wo es eben um nachhaltige Politik geht, was Europa betrifft, was Deutschland betrifft, und ich durfte viele Länder bereisen, wo die Bundeswehr ist, und ich bin immer sehr demütig zurückgekommen, erstens mal, was die Bundeswehr, was unsere Soldatinnen und Soldaten leisten, und auch, was es für Länder gibt, wo wirklich andere Probleme sind, wo es um das Überleben geht, wo es auch um große Klimaprobleme geht, weil die Klimaveränderung wird das Thema sein, was auch Flucht und Vertreibung sozusagen auslöst, es ist nicht nur Krieg, es sind ganz andere Dinge, also ich reise wahnsinnig gerne, ich finde es, ich war jetzt, wie Sie sagten, ein paar Tage in der Schweiz, oder haben wir uns spontan entschieden, ein Wochenende nach Venedig zu fahren, hatte ich nie mehr Lust drauf, bin schon häufiger mit dem Motorrad nach Griechenland gefahren, und bin zweimal von Venedig aus aufs Schiff, und bin von dort aus nach Griechenland übergesetzt, also 24 Stunden fährt man da, und da brauchte man nur von dem Schiff aus, auf den Markusplatz gucken, Horror, Sie sahen vor lauter Menschen nichts mehr, jetzt bin ich ja auch Touristin in dem Moment, deswegen war Venedig für mich gegessen, und wir haben gesagt, Mensch, wir machen das, und ich kann nur sagen, das war der Hammer, ist so rasend schön, und es waren, wie mir der ein oder andere Wirt, da haben wir natürlich dann in Restaurants gesessen, auf Tipps hin, gab es dann auch tollen Wein, bitte fragen Sie mich nicht, welcher, er war gut, und nachhaltig, also da sind momentan 20 Prozent der Touristen, die sonst da sind, das ist schon schön, luxuriös, aber wissen Sie, es zeigt eben, weil Sie das gerade sagen, dass natürlich dieser Tourismus, dass ich gerne reise, Sie reisen gerne, weil es einfach wirklich auch mal Maßstäbe setzt, weil unser Leben, wie wir es leben, ist nicht Maßstab der Welt, und unser, das, was wir schön finden, ist nicht Maßstab, es gibt Menschen, die in anderen Regionen, das ist ganz individuell, klar, so ist es, und wenn man das auf Reisen erlebt, kommen, also mir geht es so, ich komme dann zurück, und ich kann das auch bestätigen, ich sagte ja, ich habe drei Kinder, zwei Söhne, eine Tochter, meine beiden Söhne, sind sehr viel gereist, haben auch im Ausland gelebt, und beide haben hier bestätigt, plötzlich kommen sie nach Deutschland zurück, plötzlich merken sie, dass dieses Land funktioniert, bei allem, was wir immer rummeckern, wir haben ein Gesundheitssystem, was funktioniert, bei allem, was wir rummeckern, so, also, vielleicht, was ich gerne in meinem Leben noch machen würde, aber definitiv, erst wenn die Politik hinter mir liegt, ich würde mich gerne mal aufs Motorrad setzen, und einfach, einfach fahren, einfach fahren, okay, ja, dann hoffen wir, dass Corona weiter nicht mehr sein Unwesen treibt, und wir bald wieder normal reisen können, normal in den Urlaub fahren können, und die Sorgen einfach vergessen können, die man jetzt da eben alle hat. Frau Schack-Zimmermann, ich bin so weit durch, haben Sie noch was? Nein, ich fand es wunderbar, ich danke Ihnen sehr, und wie gesagt, man merkt ja, man lernt nie aus, und alles über Wein zu erfahren, ist was Wunderbares. Ja, das Problem ist, ein Menschenleben reicht da tatsächlich nicht für, glaube ich, und wir alles, also nicht mal zwei, ich hatte einen Vater, der extrem Ahnung von Wein hatte, und einen Weinkeller hatte, der, als er verstarb, wir den übernommen haben, viele Rotweine, leben noch, war natürlich viel dann auch gekippt. Haben Sie mal eine Handynummer? Ja, ich kann Ihnen ein paar Flaschen, ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, wenn das irgendwie eine Flasche war, von 1974, dass jemand, der dann einen runden Geburtstag hatte, ist ja nicht mehr trinkbar, allein diese Flasche zu haben. Ja, meinen Sie. Also ich habe letztens, kommt immer darauf an, Rot und so weiter, aber ich hatte einen Riesling, letztens aus den 30ern, aus den 20ern, die Dinger, die stehen teilweise noch, wie eine Eins, aber wie gesagt, rufen Sie einfach, also völlig, völlig okay für mich. Also ich fand es einfach, es ist eine tolle Flasche, wenn Sie sagen, in dem Jahr bist du geboren, und stellst dir hin, und lass sie nicht fallen, und gib mal Flecken. Nein, also es gibt noch viel zu tun, und ich bin glücklich, dass ich eine Familie habe, die mich unterstützt, und dass ich gesund bin, und dass ich ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen habe, alle ehrenamtlich unterstützen, das ist bei sich zu schätzen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, an einem Sonntagnachmittag, dass Sie sich Zeit genommen haben, gerade in dieser heißen Phase. Ganz, ganz lieben Dank, schön, dass Sie da waren, Marie-Agnès Strack-Zimmermann. Ich danke Ihnen, bis bald, Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020